Matthäus 16 ist unser Text. Wir sind schon seit einiger Zeit in diesem Kapitel und ich vermute mal, diejenigen, die die letzten Male da waren, können sich auch noch erinnern, sodass es auch ein mächtiges Kapitel ist und mit sehr viel kontroversen Inhalten. Und ja, wir sind auch heute in einem Text, der an einigen Stellen wieder uns herausfordert. Ich bekomme langsam ein Gefühl, wie es sein muss oder wie es sein musste für Jesus, als er Inhalte weitergegeben hat, die für die Menschen zu schwer zu hören waren. Was das auch in den Menschen auslöst, wenn man diese Worte hört, die Jesus sagt, wenn er seine Lehre platziert und die Gedanken komplett auch von den Menschen auf den Kopf stellt. Ich bekomme langsam ein Gefühl, was das eigentlich auch macht. Das ist das eine, dass wir hier miteinander lesen, was Jesus sagt, aber wie ihr auch in den letzten Botschaften vielleicht mitbekommen habt, was das eigentlich alles mit sich bringt und dass es häufig auch konträr ist zu unseren Überzeugungen, was Jesus vermittelt. Hey, das macht ganz schön was und das macht was mit den Menschen und wie wird Jesus damit umgegangen sein, als er die ganzen Inhalte weitergegeben hat, die wir auch miteinander lesen. Wir befinden uns in Matthäus 16 an einem wichtigen Punkt der Geschichte von Jesus. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass die Jünger an einem Punkt gekommen sind, wo sie das erste Mal Jesus nicht nur einfach als einen guten Lehrer und Rabbi erkannt haben, sondern plötzlich haben sie erkannt, dass Jesus der Christus ist. Ihnen wurde etwas vom Himmel offenbart. Der Vater im Himmel hat ihnen Erkenntnis gegeben, er hat ihnen den Blick eröffnet dafür, wer Jesus in Wahrheit ist. Und er ist der Christus, er ist der Messias. Und anstatt diese Botschaft, dass jetzt der Retter der Welt da ist, weit zu streuen, hatte Jesus, als sie das erkannt hatten, einen völlig anderen Plan. Denn wir lesen in Matthäus 16, Vers 20, dass es heißt, dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Und das ist schon ein bisschen irritierend, weil unser Bekenntnis ist, dass Jesus der Christus ist. Wir lassen uns taufen auf den Namen von Jesus Christus. Wir nennen uns sogar Christen, weil wir von Jesus stammen, von Jesus zeugen. Aber hier sagt er, verratet es niemanden. Und einige freuen sich vielleicht, dass sie jetzt nicht rausgehen müssen und den Leuten erzählen sollen, dass sie Christen sind. Jesus sagt doch, ich soll es geheim halten. Also können wir das schön als Geheimnis für uns behalten und brauchen niemanden damit traktieren. Und wenn uns jemand fragt, dann verraten wir es niemanden, mit wem wir es eigentlich zu tun haben und an wen wir glauben. Das ist natürlich nicht hier an dieser Stelle damit gemeint, dass wir von Jesus nicht erzählen sollen, dass er der Christus ist. Aber in diesem Augenblick sollten seine Jünger noch dicht halten. Und das ist schon sehr irritierend. Warum eigentlich? Wir werden hier gleich lernen, nur weil wir das Richtige sagen, dass Jesus der Christus ist, heißt das nicht automatisch, dass wir verstanden haben, was wir sagen. Wir sagen manchmal richtige Dinge. Wir erkennen richtige Dinge. Aber was dieses Richtige eigentlich bedeutet und wie sich das dann auch entfaltet, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt. Und das wirst du sehr wahrscheinlich in deiner Nachfolge, wenn du Jesus kennengelernt hast und im Glauben lebst, auch erleben, dass du viele Prinzipien im Gottesdienst gehört hast, in der Bibel gelesen hast und auch nachsprichst, dass du diese Überzeugungen hast. Aber was das dann eigentlich bedeutet, wenn es dann wirklich darum geht, da sind dann viele von uns, alle von uns an einem Punkt, wo sie merken, ja was heißt denn das eigentlich, was ich gelernt habe? Was heißt das eigentlich, was ich lese? Was glaube ich da eigentlich? Und Petrus glaubt sehr richtig, dass er erkannt hat, dass Jesus der Christus ist. Aber was das bedeutet, dass Jesus der Christus ist, davon hat er noch kein Schimmer. Und weil er noch ganz falsche Vorstellungen davon hat, soll er und die Jünger, die anderen Elf, noch dicht halten und noch nicht weit streuen. Mit diesem herausragenden Titel, Christus, Jesus hat nicht den Nachnamen Christus, sondern das ist sein Titel. So wie du Menschen auch unter uns haben, Doktortitel, Doktorsohn, so, ist Dani heute da? Dani, hören wir dich? Ist er nicht da? Nein, das gibt es doch gar nicht. Wer hat einen Doktortitel? Bitte? Ah, okay, ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Aber jetzt traut sich niemand zu sagen, dass er einen Doktortitel hat. Also es gibt auch einige unter uns, die haben einen Doktortitel. Das bedeutet nicht, dass sie von ihren Eltern als Vornamen den Namen Doktor bekommen haben, sondern es steht für etwas. Es ist eine Auszeichnung für eine Leistung, für das, was diese Person geleistet hat und kann. Und bei Jesus ist es im Prinzip recht ähnlich. Er bekommt einen Titel verliehen, keinen Nachnamen oder einen weiteren Namen, sondern mit diesem Titel hat das damalige Israel sehr große Hoffnungen verknüpft. Und zwar, dass da ein König kommen soll aus der Linie Davids und die Juden in den damaligen Tagen wussten sehr wohl, was im Alten Testament steht und dass versprochen wurde, dass dieser glorreiche David, der ein Vorbild war und ein Mann nach dem Herzen Gottes, dass es eine Zeit geben wird in Israel, wo wir wieder zur alten Stärke zurückkehren werden, wo so ein David wieder aufstehen wird und dieses Land wieder in eine Ordnung bringt, wo die Juden, die verstreut leben, wieder zusammen vereint werden in Israel und die Nation Israel zusammen geeint wird und wie ein Juwel auf diesem Planeten leuchten wird, sodass alle Nationen dieses helle Licht, diesen Juwel sehen werden und sagen, wir wollen genau dorthin, um Gottes Gegenwart erleben zu können und Gottes Herrlichkeit zu schauen. Und das war die Vorstellung, vorrangig, dass dieser Christus, der da kommen soll und niemand wusste, wer das eigentlich sein wird, der da kommen soll, ist eigentlich so eine Art krasse politische Figur, so Bundeskanzler Jesus, der es jetzt hier reißen wird. Aber nun, in unserem Text, sollen die Jünger erfahren, was es genau bedeutet, dass Jesus der Christus ist. Vers 21 unterrichtet Jesus seine Jünger darüber, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus der Christus ist. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Schauen wir uns nochmal die erste Hälfte an. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse. So weit, so gut. Die erste Hälfte von dem Unterricht, da sind die Jünger sicherlich noch ganz gut klar drauf gekommen, das ist nachvollziehbar für sie. Los, auf nach Jerusalem, lass uns zur Hauptstadt gehen und genau das machen, wovon wir denken, was du machen solltest, und zwar die Herrschaft an dich reißen und der neue König nach dem Vorbild David sein und unser Land wieder groß machen. Make Israel great again. Ab nach Jerusalem. Es hört sich gut an Jesus. Wir sind noch voll auf Kurs. Denn die Jünger gingen davon aus, dass Jesus in Jerusalem sicherlich viel verehrt, intronisiert und gefeiert wird. Aber Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem, um nicht viel verehrt, intronisiert und gefeiert zu werden, sondern um vieles zu leiden, getötet zu werden und auferweckt. Wir hören die Geschichte nach Christus und denken, wo ist jetzt die Überraschung? Es ist für uns klar, dass Jesus gestorben auferstanden ist. Das kennen wir aus den Kinderschuhen an. Aber für die Jünger damals war das eine pure Irritation, was Jesus hier gerade von sich gibt. Du wirst dorthin gehen und du wirst vieles leiden. Du wirst getötet. Und dann, das mit der Auferstehung ist sowieso noch gar nicht gerallt, aber Moment einmal, du bist derjenige, der die Feinde in die Flucht schlagen muss. Du bist derjenige, wir müssen uns ja vorstellen, dass Israel, wir sehen ja, dass Israel ein Krisentopf ist, bis in die heutigen Tage und auch damals war es in Israel nicht einfach. Es war eine Besatzungsmacht im Land und zwar die Römer haben dort das Sagen gehabt, sie waren die politischen Drahtzieher und die Juden konnten nicht einfach machen, was sie wollten, sondern die Römer waren im Prinzip überall mit ihren Soldaten, um es mal jetzt ganz runterzubrechen. Und anstatt, dass du deinen Feinden sagst, oder unseren Feinden sagst, wohin sie sich zu verziehen haben, damit sie vieles leiden und dass sie getötet werden, sagst du, dass du viel leiden wirst und dass du viel getötet wirst. Und dann setzt er noch einen drauf, ja von wem wird er denn eigentlich Leid erfahren? Und wer wird ihn töten? Für die Jünger wäre es logisch gewesen, naja, unsere Feinde und zwar die Römer, die uns unser Land nicht einfach so überlassen. Aber der Text sagt uns, dass Jesus gesagt hat, ich werde leiden nicht aufgrund der Römer, die hier sind, was ihr denkt, was das größte Problem ist in Israel, sondern das größte Problem und die größte Feindschaft, die ich erleben werde, sind wer? Die Ältesten, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten. Die Frommen, die Religiösen, die Glaubensleute, die Vorbilder in dem Land, die erklärt haben, was es mit der Bibel auf sich hat, wer Gott ist, wer der Mensch ist, wie man mit Gott zusammenlebt und so weiter und so fort. Das sind auf einmal diejenigen, die Jesus ausmacht, das sind die Personen, die mir besonders Bauchschmerzen bereiten werden. Das sind diejenigen, die mir viel Leid bringen werden, die mich töten werden. Fromme Menschen, ich glaube, es gibt einige hier unter uns, Menschen, die von sich glauben, dass sie auch irgendwie doch etwas von Gott halten und eine wahre Gotteserkenntnis haben und sich auch bemühen, im Glauben zu leben und so, wie es Gott gefällt. Fromme Menschen müssen bei solchen Versen, die wir hier lesen, immer sehr genau hinhören. Sehr genau hinhören. Besonders diejenigen, die in Ämtern sind. Also diejenigen, die Macht haben oder auf die man sieht. die Vorbilder. Ich würde mal sagen, so die Pastorenschaft und die Priesterschaft. Und damit predige ich auch selbst zu mir, wenn wir Gottes Wort lesen, dann begeben wir uns nicht immer in die Situation, dass die Bösewichte immer die anderen sind. Versteht ihr, was ich meine? Wir gehen meistens so durch den Alltag. Die anderen sind die Miesen und ich bin der Gute. Und wir legen uns häufig unseren gesamten Alltag so aus, dass am Ende des Tages wir uns unglaublich darüber aufregen, wie die anderen sich verhalten haben, wie schlimm die anderen waren und kommen nicht auf den Gedanken, dass wir selber viel Grund zum Kummer gegeben haben für unsere Mitmenschen. Dass unsere Mitmenschen manchmal ächzen und stöhnen über unser Verhalten, über unser Reden, über unsere Taten und auch über unsere Versäumnisse. Dass einige abends im Bett liegen und zum Herrn schreien und um Hilfe rufen. Warum? Weil wir ihnen Probleme gemacht haben. Wenn du dieses Prinzip in dir wiederfindest, dann lass das nicht an dir vorübergehen. Es sind nicht immer die anderen, die die Probleme machen. zuallererst müssen wir uns in das Licht Gottes stellen und uns fragen, wie viel Kummer bereite ich eigentlich anderen? Und ich befürchte, dass wenn wir diese Texte lesen, dass wir diese bösen Schriftgelehrten, Leute, ganz ehrlich, im Vergleich, so hat mir mal ein Bibellehrer gesagt, die Schriftgelehrten und die ganzen Pharisäer, das waren im Vergleich zu unserer heutigen Gesellschaft so die Freikirchler. Weil das waren diejenigen, die es besonders ernst meinten mit dem Glauben. Das ist natürlich eine totale Versimplifizierung. Man kann das nicht gleichsetzen. Aber wir sollten, wenn wir diese Texte lesen, nicht uns automatisch rausnehmen, sondern wir sollten uns selber fragen, wie steht es eigentlich in Wahrheit mit uns und Jesus? Sind wir wirklich für Jesus und für das, was er sagt? Für Jesus waren in seiner damaligen Zeit nicht die offensichtlichen Feinde die erste Bedrohung, sondern das, was ihn zur Strecke gebracht hat, waren ausgerechnet diejenigen, die von sich ganz viel gehalten haben und von denen alle gesagt haben, naja, wenn es jemand ernst meint, dann werden es wohl diese Leute sein. und ich will, wenn ich diesen Text lese, mich nicht rausnehmen. Ein Bibellehrer hat mal gesagt, in der Regel, wenn wir die Kreuzigungsszene von Jesus lesen, wie er gedemütigt wird, ans Kreuz genagelt wird und aufgerichtet wird, in der Regel haben wir irgendwie das Gefühl, wir wären diejenigen, die am Kreuz geblieben wären, wie die ein paar Frauen der Johannes und Jesus die Treue gehalten hätten. Aber machen wir uns nichts vor, die Mehrheit hat gespottet, hat gespuckt und hat ihn links liegen gelassen und ist vor ihm geflohen. Und so sagte er, die allermeisten von uns wären genau in dieser Gruppierung auch gewesen und die allerwenigsten von uns wären am Kreuz treu gewesen. Wir müssen bei diesen Stellen sehr gut hinhören. Denn ausgerechnet diejenigen, von denen man denkt, sie sollten doch dabei sein, sind, das ist ausgerechnet diese Gruppe, die Jesus nicht ins Vertrauen gezogen hat. Diese Gruppe sieht in Jesus eine Bedrohung für ihren Status Quo. Für das, was wir immer für richtig gehalten haben und auf einmal kommt da jemand und er macht alles zunichte, was wir für lieb und teuer empfinden. Das erste Mal erklärt Jesus hier in Matthäus 16, vorher ist das in der Geschichte der Jünger mit Jesus nicht passiert, das erste Mal erklärt Jesus seine volle Mission. Es heißt, dass er nach Jerusalem muss und dass er vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden muss. Das ist etwas, was uns auffallen sollte, wenn wir diesen Text lesen. Jesus sagt nicht, es scheint so zu werden, als ob es sein könnte und Jünger, wenn wir nicht aufpassen, dann wird das so viel Furore sorgen, dass ich irgendwie dann doch als Führer dieser religiösen Bande dann doch niedergestreckt werde. er spricht hier nicht von Eventualitäten, sondern Jesus spricht hier von einer absoluten Dringlichkeit. Es ist ein Muss hier in diesem Raum. Jetzt geht es uns hier gerade allen noch gut, liebe Jünger, aber von jetzt an, von Kapitel 16 an ist mein Blick auf Jerusalem gerichtet und ich muss dorthin gehen und ich muss vieles leiden, ich muss getötet werden und ich muss auferweckt werden. Erkennst du hier das Herz von Jesus? Was Jesus ans Kreuz gebracht hat, war kein Unfall. Was Jesus ans Kreuz gebracht hat, war eine absolute Notwendigkeit in dem Herzen Gottes. Gott hat in sich vor Grundlegung der Welt schon den Herzschlag in sich gehabt. Es wird der Tag kommen, wo diese Menschheit gerettet werden muss. Und das wird nur dann gehen, wenn ich Gott Mensch werde und stellvertretend für die Menschen vieles leiden muss und getötet werden muss und auferweckt werden muss. Gott hat in sich diese starke Sehnsucht und Notwendigkeit, das Problem der Menschen zu seinem Problem zu machen und dieses Problem lösen, was wir nicht lösen können, damit wir in Freiheit leben können und die ewige Trennung, die zwischen Mensch und Gott besteht, weggerissen wird, eine Brücke geschlagen wird, sodass Mensch und Gott vereint werden kann in Ewigkeit. Und weil dieses Problem zwischen Mensch und Gott so dramatisch ist, muss es geschehen, dass Jesus gekreuzigt wird. Wir sehen im Kreuz von Jesus kein Zufall und auch keine tragische Geschichte, Mensch, er hat es so gut gemeint, hätten die Menschen verstanden, was er eigentlich wollte. Jesus musste sterben. Wenn du in eine versöhnte Beziehung zum Vater im Himmel kommen möchtest, dann kommst du an diesem Fakt nicht vorbei, dass es absolut notwendig war, dass der Sohn Gottes für dich gelitten hat und für dich sterben musste und für dich stellvertretend auferstehen musste. Jeder, der denkt, durch mein bisschen Frömmigkeit und durch meine Bemühungen, ein guter Mensch zu sein in diesem Leben, das Beste aus mir heraus zu holen, die beste Version meiner selbst zu sein, ist das, was mich mit Gott verbindet, muss an dieser Stelle kapitulieren und wenn du deine einzige Hoffnung bist, dann wirst du mit dieser Hoffnung sterben und auf ewig von Gott getrennt bleiben. Wie kann das sein? Walma, bist du so hochmütig, bist du etwa besser als ich? Nein, eben nicht. Es geht darum, sich vor Gott zu demütigen und zu erkennen, welche Spielregeln er uns zeigt und er zeigt deine Situation, Waldemar, ist so hoffnungslos. Du bist nicht besser als die anderen. Hey, Waldemar, du bist vielleicht sogar schlimmer als die anderen, weil du mehr Erkenntnis hast als die anderen und trotzdem immer wieder, immer wieder und immer wieder Fehler machst. Hier ist kein Rühmen auf meiner Seite zu sagen, schaut mich an und deswegen habe ich eine versöhnte Beziehung zu Gott und eine herrliche Zukunft im Gegensatz zu dir. Nein, es geht darum, sich zu demütigen und zu erkennen, was absolut notwendig war, und zwar, dass Gott sich selbst hinrichten lässt, stellvertretend für das, was ich eigentlich verdient habe, und zu sagen, Herr, in mir ist gar nichts, nichts kann ich hier aufbieten. Petrus ist auch nicht aufgestanden und hat gesagt, aber Herr, ich habe doch eben gerade was ganz tolles erkannt, ich habe doch so viel Erkenntnis jetzt schon von dir, Gott, Vater im Himmel hat mir eine Offenbarung gegeben, reicht es nicht? Ja, was hat er dir offenbart? Ja, dass du der Retter der Welt bist, und jetzt erkläre ich dir, was das konkret bedeutet, und indem ich dir das erkläre, zeige ich dir, wie es um dich steht, Petrus, und was nötig ist, für dich und für alle anderen, die da folgen. Jesus muss das machen, nicht kann, er muss es machen, aber nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Johannes 10, Vers 17 bis Leben lasse, um es wiederzunehmen. Hier haben wir wieder Tod und auch Verstehung. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es gibt so eine ziemlich perverse und kaputte Theologie in unseren heutigen Tagen, die sagt, wenn ihr von dem gekreuzigten Sohn Gottes spricht, dann redet ihr ja davon, dass Gott seinen eigenen Sohn misshandelt und hier ein Kindesmissbrauch stattfindet. Dieses Argument geht seit einigen Jahren in der evangelikalen Welt so richtig durch die Decke. Und dieser Gedanke kommt direkt aus der Hölle und hat nichts mit Wahrheit zu tun. Ein Kindesmissbrauch ist jetzt echt ein schweres Thema, aber wir wissen alle, die Dynamiken, die darin entstehen, sind nicht von Freiwilligkeit geprägt. Lassen wir es mal an diesem Punkt. Jesus steht nicht hier, der Vater hat mir ein Gebot gegeben und jetzt kann ich nicht anders und ich werde jetzt hier vieles leiden und ich werde drauf gehen. Jesus sagt, der Vater hat mir ein Gebot gegeben. Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe die Vollmacht. Ein Missbrauchsopfer hat keine Vollmacht, sondern genau das Gegenteil. Jesus sagt, ich habe die Vollmacht. Ich gebe es und ich nehme es wieder. Was zeigt uns das? Vater und Sohn sind nicht getrennt in ihrem Willen, sondern sind absolut eins, Stichwort Dreieinigkeit, Dreieiniger Gott, sind absolut eins, innig in diesem Entschluss, diesen Weg zu gehen. Philippa 2, Vers 5 bis 8, da sagt Paulus den Christen in Philippi, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Was heißt das? Er hielt seine Herrlichkeit bei Gott, die er hatte, nicht wie eine Beute fest, die ein Räuber geklaut hat. Wisst ihr was? Der Räuber, der was klaut, der gibt es nicht her. Das ist meins. Ich habe das jetzt. Und das verwendet Paulus als Bild. Er hielt es nicht fest wie ein Raub, was er nicht wieder hergeben möchte. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Der Vater gibt dem Sohn den Auftrag, aber der Sohn ist nicht in einer Sekunde im Gegensatz zum Vater, sondern ganz im Gegenteil. Er lässt sich nicht erniedrigen, sondern er erniedrigt sich selbst. Und das jetzt mal miteinander zu verbinden, zu sagen, ich muss dorthin gehen und ich muss dort vieles leiden und ich muss getötet werden und hier lesen wir, er erniedrigte sich selbst. Jesus sieht eine Notwendigkeit darin, den schweren Weg des Leids stellvertretend für dich zu gehen. Und wir sehen darin, was hinter diesem Müssen steht, und zwar aufopferungsvolle Liebe und Barmherzigkeit zu dir. Zeige mir einen Gott, der bereit ist, sich so einzusetzen für seine Geschöpfe. Zeig mir irgendeine Ideologie, irgendeine Lehre, irgendeine Philosophie, die uns erklärt, dass der lebendige Gott bereit ist, deine Schuld selber auf sich zu nehmen, für dich zu tragen, damit du fein raus bist. Was für eine Liebe, was für eine Barmherzigkeit. Höre ich darauf ein Amen? Unfassbar, wir sprechen hier gerade über das Wichtigste, was den Christen zu bieten hat und wir schlafen. Wir wollen, dass die Predigt weitergeht. Wir haben Zugabe. Ich gebe euch eine Zugabe. Wir lesen, was für Jesus besonders wichtig ist. Wir lesen, was er besonders muss. Ich frage dich und ich frage mich, was ist für uns eigentlich absolut notwendig? Was muss bei uns eigentlich geschehen? Welche Prioritäten haben wir? Was ist für dich unverzichtbar? Was ist eigentlich die angemessene Reaktion darauf zu sehen, dass Jesus dir heute sagt, ich muss mein Leben für dich geben? Was ist darauf die angemessene Reaktion? Wenn wir sehen, was der lebendige Gott unbedingt tun muss und auch unbedingt tun will aus Liebe zu dir. Ich frage dich, wenn du das hörst, was bei Gott unbedingt geschehen muss, was ist bei uns unverzichtbar, dringlich und wichtig? Welche Agenda hast du auf deinem Zettel? Was willst du realisieren in deinem Leben? Ganz ehrlich, deine ganzen Pläne und deine ganzen Ziele für dein ganzes Leben, die kannst du alle draufschreiben und diese Liste gegen diesen Vers legen. Es kann alles vergehen. Es ist alles nichtig. Es ist alles egal. Wenn du das liest und dein Herz nicht voll wird und sagt, wenn du das musstest, wie viel mehr muss ich sagen, ich will dich und ich kehre von meiner Agenda um und ich sage, dass alle meine Ambitionen, alle meine Pläne und alle meine Sehnsüchte sind ein Nichts, stehen sogar manchmal völlig im Gegensatz zu dem, was du willst. Herr, vergib mir. Ich kehre um von dem Dreck und kehre um zu dir. Das ist das Einzige, was ich muss, wenn ich sehe, wie sehr du musstest und mich retten musstest. Wenn du heute hier bist und das hörst und dein Lebenskennst und denkst, es gab einige religiöse Traditionen in meinem Leben und ich habe gedacht, die haben mir irgendwie geholfen, irgendwie über dem Wasser zu bleiben. Junge, lass dich darauf doch nicht ein und vertraue darauf nicht, sondern ich sage dir, kehre um. Jesus liebt und ist barmherzig. und Petrus nahm ihn beiseite. Boah, das war nur ein Vers jetzt. Willkommen zu Hause. Herr, komm mit deiner Ewigkeit schnell, wo Zeit und Raum vergeht. Vers 22. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott, behüte dich her. Dies wird dir keinesfalls widerfahren. Ach ja, Petrus, ich liebe ihn so sehr. Seht ihr, wie höflich Petrus ist? Jesus, komm mal beiseite. Es ist immer gut, wenn, vielleicht kennt ihr solche Situationen, jemand haut irgendwas raus in der Runde und dann denkst du, uh, schwierig. Und dann findest du es immer gut, wenn dich jemand dann beiseite nimmt und nicht vor allen sagt, hey, was war denn das jetzt für ein Mist? Petrus ist richtig höflich. Er nimmt Jesus zur Seite. Er möchte ihn ja nicht bloß stellen vor den anderen und mit Jesus ins Gespräch gehen. Aber Petrus hat keine Frage und er sucht auch nicht ein besseres Verständnis. Petrus will Jesus tadeln. Was bedeutet das? Er möchte ihm Anweisungen geben. Dieses Wort wird übrigens auch dafür benutzt, wenn Jesus zum Beispiel mit einem heftigen Sturm konfrontiert ist und diesen Sturm zum Schweigen bringen möchte, dann heißt es, und er tadelte, er bedrohte den Sturm, dass er schweigen soll. Jetzt kommt Petrus, ganz höflich, nimmt Jesus zur Seite und er bedroht ihn. Er bedroht ihn. Er tadelt ihn. Und Petrus möchte gerne seine Agenda nehmen und Jesus erklären, was es in Wahrheit zu bedeuten hat, was der Christus tun sollte. Jesus, du hast es vielleicht noch nicht ganz verstanden. deswegen komme ich voller Respekt, bedrohe dich und deinen Auftrag und sage dir, wie es zu laufen hat. Und das tut er sogar mit einem Anschein von Respekt. Ich finde das sehr interessant. Er fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr. Herr. Er sagt, ich bin nicht der, du bist der Herr. du bist die Respektperson. Ich respektiere dich. Aber eigentlich möchte ich dir sagen, wie es zu laufen hat. Wow, wie sehr ist dieser Vers ein Spiegelbild von unserem Leben. Wie wir auch mit Gott ringen, ihn auch, Herr, König, Gott und alles, was wir runterleiern können, sagen können, um am Ende eigentlich Gott davon überzeugen zu wollen, dass unsere Ideen und Gedanken viel besser wären, als das, was er uns gesagt hat. Ja, das musst du nicht so verstehen, das muss man ganz anders verstehen und ich habe das mit Gott so ausgemacht, dass das in meinem Leben so passt. Ich weiß, dass die ganze Christenheit seit 2000 Jahren das anders gesehen hat, aber hier und heute bin ich mit meinem Herrn übereingekommen, dass das jetzt besser ist, so wie ich mein Leben leben möchte. Der Bibelausleger Douglas Sean O'Donnell sagt, in dem Moment, in dem wir denken, wir denken besser als Christus, denken wir nicht richtig. Noch einmal, in dem Moment, in dem wir denken, wir denken besser als Christus, denken wir nicht richtig. Ich finde es interessant, Petrus nimmt sich das Recht heraus, Jesus auf die Seite zu nehmen, dass Jesus das überhaupt macht, also dass Jesus überhaupt in dieses Zwiegespräch geht, was für ein Jesus, dass er diesen Dialog überhaupt mit Petrus führt. Er geht zur Seite, Jesus hat ihn nicht nach seinem Rat gefragt, Jesus hat gerade gesagt, er hat ihnen gepredigt, was passieren wird. Stattdessen fühlt sich Petrus irgendwie dazu berufen, Jesus jetzt zu predigen, aber wir sind nicht dazu berufen, Jesus zu predigen. Wir sind dazu berufen, Jesus zu gehorchen. Oh, delikat, böses Wort, Fettnapf. Wir sind dazu berufen, zu hören und dann zu tun. Und nicht Jesus irgendwie davon zu überzeugen, dass seine Ideen doch nicht so ganz treffend sind für diese Stunde, für diesen Moment und für diese Person. lass uns das bitte anders machen. Und ich möchte dich fragen und mich auch, was bedeutet das eigentlich für unser Leben? An welchen Stellen stehen wir gerade und versuchen irgendwie uns so rumzuschlawenzeln und irgendwie uns hinaus zu navigieren aus dem, was Gott in seinem Wort zu uns gesagt hat und versuchen irgendwie in der Nachfolge Jesus hinterher unsere eigenen Spielregeln aufzurichten, um unser Ding zu machen. Wo wir uns irgendwie dann einreden wollen, Gott ist gut damit, wenn ich zum Beispiel mit meinen Finanzen so umgehe, wie ich das möchte. Dass ich mit meinem Ehepartner rumspringe, wie ich das möchte. Dass ich mit meinen Kindern so umgehe, wie ich das möchte. Dass meine Sexualität so ausgestaltet wird, wie es mir gefällt. Wenn ich Unversöhnlichkeit erlebe in meinem Leben, Bitterkeit gegen andere, das behalte ich in meinem Leben, weil ich das möchte. Und wir könnten jede Facette unseres Daseins durchgehen und ich hoffe, dass wir alle so ehrlich sind zueinander, dass jeder sagen muss, okay, das passiert in meinem Leben. Und zwar jeden miesen Tag. Jeden Tag. Denn unser Fleisch, so macht immer Dani Pocken. Aber ich liebe ihn. Unser Fleisch schläft nicht. Und ich zitiere Dani Pocken, und das Fleisch bekehrt sich auch nicht. Man muss es töten, so sagt es Dani Pocken. Psalm 119, Vers 18. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Öffne du meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Darum geht es. Herr, was sagst du? Ich will erkennen, was du sagst. Und in diesem Einklang möchte ich dann auch mein Leben gestalten. Vers 23. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Also du hast deinen Blick nicht auf das gerichtet, was Gott möchte, sondern was allein Menschen wollen. Also das ist wirklich eine absolut Hammerpassage. Eben gerade, eben gerade versicherte Jesus noch, dass Petrus Worte empfangen hat, die ihren Ursprung haben vom Vater im Himmel. Daraufhin sagt er, ich nenne dich von nun an Petrus, Felsen. Gerade hat er noch diesen heiligen Moment mit dem Vater im Himmel und nun erkennt Jesus, dass die Worte von Petrus aus einer ganz anderen Quelle stammen. Habt ihr die Worte gehört? Welcher Pastor redet so mit seinen Mitgliedern? Satan geh hinter mich Satan, du bist mir ein Anstoß. Jesus sagt hier nicht bloß Petrus, du denkst ja wie Satan. Petrus, das was ich höre, hat Ähnlichkeiten zu dem, was ich bei Satan kennengelernt habe, als es zum Beispiel in Matthäus 4 in der Versuchung in der Wüste zum Gefecht zwischen Satan und Jesus kam. Nein, Jesus geht so weit, dass er Petrus als personifizierten Satan anspricht und er konfrontiert ihn so, als wenn er es mit Satan selbst zu tun hat und spricht diese Worte geh hinter mich Satan. Jesus, wie kannst du so zu jemandem sprechen, sprechen, doch eben gerade sehr deutlich gezeigt hat, wessen Geistes Kind er ist, dass er zum Vater im Himmel gehört, dass der Vater im Himmel ihm übernatürliche Offenbarung gibt, so wie niemanden sonst. Und das ist jetzt in dem nächsten Moment deine Anrede, Satan, geh hinter mich damals in der Wüste als Satan Jesus versucht hatte und ihn auch abhalten wollte von seiner Mission, hat Jesus mit Bibelworten dagegen gehalten, hat gesagt, es steht geschrieben so und so, er steht geschrieben so und so und die ganze Szenerie endet mit den Worten geh Satan und er ging. die gleichen Worte, die Jesus in der Wüste verwendet hat, um Satan fortzujagen, sind die gleichen Worte, die wir hier finden, wie Jesus mit Petrus spricht. Jesus schaut Petrus in die Augen und er fordert Satan erneut auf, zu verschwinden. Wie kann das sein? Fragen sich einige. Mach was draus. Ich finde diese Dynamik ungeheuerlich. Das Besondere an dieser Passage für mich ist, dass Petrus gerade eben noch einen richtig hellen Moment hatte. Eben gerade war er noch so auf Kurs. Eben gerade war er der Überflieger. Er konnte sagen von den ganzen Zwölfen, also ich habe es zuerst gesagt, Jesus ist der Christus. Ich bilde hier die Sperrspitze der Gläubigenschaft. Er war vielleicht zu diesem Zeitpunkt auf seinem höchsten geistlichen Hoch, was er hat. Und ausgerechnet hier fällt er sehr, sehr tief. Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 12, Daher wer zu stehen meint, seht so, dass er nicht falle. Diese Begebenheit soll uns folgendes lehren, denke ich. Wir dürfen uns freuen über die Segnungen, die Gott in unserem Leben gibt. Wir dürfen uns freuen, wenn Gott uns Offenbarung schenkt, Erkenntnis gibt, dass wir wirklich wachsen im Glauben und nicht nur das Gefühl haben, sondern auch die Intimität zwischen Gott und uns auch steigt und wir diese besondere Ähnlichkeit auch erfahren mit Gott. Aber wir sollten immer aufpassen, dass dort, wo wir, wo uns auch viel anvertraut ist, dass es nicht bedeutet, dass wir völlig außerhalb des Gefechts wären und uns nichts antasten könnte, sondern in den Momenten, wo wir meinen, sicher zu stehen, dass uns nichts irgendwie überfallen könnte, sind häufig die aller gefährlichsten Momente, die wir erleben können. Und das sehen wir an Petrus, dass dort, wo er wirklich gerade Gottes Offenbarung erfahren hat, dass dieser Moment in einem ganz anderen Moment auf einmal ausschlagen kann, wo er sich auf einmal in einem ganz anderen Einflussbereich wiederfindet. Vers 24 bis 26 Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinet Willen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüste? Und was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Es ist nicht nur so, dass unser Text uns sagt, dass Jesus vieles leiden muss, sondern alle, die ihm nachfolgen, sind auch aufgerufen, es ihm gleich zu tun. Und das ist eine sehr interessante Dynamik, dass Petrus eigentlich hinging und sagt, Jesus, ich möchte nicht, dass du Leid erfährst und Jesus zeigt ihm nicht nur, dass er Jesus selber viel leiden muss, sondern er intensiviert sogar noch das Problem für Petrus und sagt, nicht nur ich werde vieles leiden, sondern du auch. Du wolltest nicht, dass ich leide. Okay, ich sagte, ich werde vieles leiden. Petrus, die Sache ist sogar noch viel, viel schlimmer, als du dachtest. Du wirst auch sehr vieles leiden. Und hier kommen wir zu dem eigentlichen Problem, das Petrus hat kommen sehen. Wenn mein Anführer, aus Petrus Sicht, wenn mein Anführer, wenn mein König sein ganzes Leben einsetzt und ich Diener dieses Königs bin, dann geht es hier auch um mein ganzes Leben. Und deswegen wollte Petrus keinen leidenden Christus haben. Er wollte keinen leidenden König haben. Denn wenn der König leidet, dann leide ich mit. Wenn der König bereit ist, sein ganzes Leben einzusetzen, dann bedeutet es auch für mich, dass ich auch mein ganzes Leben aufgeben muss. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, wenn Christus einen Menschen ruft, dann fordert er ihn auf, zu kommen und zu sterben. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen bei dieser wunderbaren guten Nachricht, die wir Evangelium nennen. Wir laden dich ein, zu kommen und zu sterben. Denn wenn du kommst und stirbst, bist du in die Lage versetzt, das wahre Leben zu leben, was Jesus Christus dir versprochen hat. Aber wenn du kommst, um zu bleiben, dann wirst du mit allem, was du bist und hast, vergehen und nie das Leben genießen können, was Jesus für dich vorbereitet hat. wir sind berufen zum Leiden. Wir sind berufen dazu, unser Fleisch zu kreuzigen. Wir müssen nicht so wie Jesus für die Sünde der Welt sterben. Das Kreuz, das wir tragen, ist eine andere Art. Jesus musste stellvertretend für uns den Preis der Trennung zwischen Gott und Mensch bezahlen. Wir müssen nicht für die Sünde der Welt sterben. Aber wer sich zu Jesus Christus bekehrt und sein Vertrauen ihm schenkt, was wir übrigens in der Taufe zum Ausdruck bringen und morgen beginnt der Taufkurs, Andi und Dori machen den Taufkurs. Wer sich zu Jesus bekehrt, bekennt, dass er mit Jesus gemeinsam gestorben ist. Was bedeutet das? Wenn Jesus für den Dreck meines Lebens gestorben ist und ich sage, Jesus ist mein Herr und mein Retter von diesen Dingen, dann habe ich kein Recht, das am Leben zu erhalten, wofür Jesus bereits gestorben ist. Und das bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wir müssen nicht für die Dinge büßen. Das meint Jesus hier nicht. Aber er sagt, das wofür ich stellvertretend für dich sterbe und die Strafe abtrage, willst du das wirklich noch aufrecht erhalten in deinem Leben? Möchtest du das am Leben erhalten in deinem Leben, wofür ich gestorben bin? Herr, wenn diese Sache deinen Tod erforderte und ich mit dir verbunden bin, dann ist diese Sache in deinem Grab und sie soll auch dort bleiben und ich will sie nicht hervorholen und deswegen halte ich diese Dinge aus meinem Leben fern mit aller Kraft, die du Gott mir gibst für diesen Prozess. Und diese Selbstaufgabe klingt wirklich irre. Es ist für den Menschen, der Gott nicht kennt und Gott nicht will, die dümmste Botschaft, die du im 21. Jahrhundert predigen kannst. Es ist genau das Gegenteil von dem, wovon unsere Medien Tag ein, Tag aus voll sind, die dir die ganze Zeit predigen, wenn du durch die sozialen Medien gehst, zum Beispiel auf deinem Handy oder deine Glotze anschaltest, verwirkliche dich selbst, sei du selbst, sei du echt, authentisch sein ist sozusagen das höchste Gut des Menschen des 21. Jahrhunderts und lass dir von niemandem etwas einreden, sei die Version, die du sein willst, verwirkliche dich und wir predigen, gib dein Leben auf, komm um zu sterben, das ist wirklich irre, warum soll ich das tun, warum sollte ein Mensch das tun, Jesus macht klar, dass es einen Grund gibt, warum sich dieser verzicht und das ist ein Verzicht, das ist auch manchmal schwer, manchmal hart, schmerzhaft, kreuzigen ist in der Regel keine angenehme Angelegenheit, manchmal sind es harte Lektionen, aber Jesus gibt uns einen Grund, warum es sich lohnt, Vers 27 und 28, dann kommen wir auch tatsächlich gleich zum Schluss, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Ton Bist du in meiner Nachfolge dann wirst du entsprechend auch eine herrliche Ewigkeit genießen Bist du nicht in meiner Nachfolge wirst du genau das empfangen wofür du dich entschieden hast siehst du es war es glaube ich der mal gesagt hat am Ende der Tage wird Jesus uns sagen dein Wille geschehe das was du von ganzen Herzen wolltest wird sich in alle Ewigkeit fortsetzen in die eine Richtung oder in die andere Richtung Vers 28 wahrlich ich sage euch es sind einige von denen die hier stehen die werden den Tod keinesfalls schmecken bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich oder wie der Evangelist Markus es in Markus 9 Vers 1 sagt bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen das was Jesus seinen Anhängern hier in Aussicht stellt ist das was ihnen eine heilige Motivation gibt und eigentlich eine Motivation in ihnen entfacht wir lassen alles los um das ewige Leben im Tausch zu bekommen ich lasse alles los in meinem Leben auch wenn es für die Menschen dieser Welt völlig verrückt ist aber warum tue ich das weil das was in der Ewigkeit auf mich wartet viel größer ist als das was ich hier jetzt haben könnte das Problem ist dass wir einen verschobenen Blick auf die Realität haben wir denken wir leben für diesen Moment und weil wir denken wir sind Menschen für diesen Moment suchen wir aus jeder Sekunde das maximale für 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 heraus zu ziehen und dieses Leben aus zu pressen und wir werden am Ende der Tage merken dass da kein Saft mehr übrig geblieben ist alles vergeudet alles für die Katz du warst ein Mensch des Augenblicks du warst ein Mensch für diesen Moment aber wir die wir Jesus Christus kennen sind keine Menschen des Moments sondern wir sind Menschen für die Ewigkeit in Herrlichkeit und deswegen sind wir bereit alle Dinge die sich gegen diese Herrlichkeit auflehnen allen Dingen zu entsagen und sie hinter uns zu lassen als wir in Amerika waren waren wir auf einer Konferenz und einige haben es vielleicht auch mitbekommen ich habe es bei Telegram geteilt Nathaniel und ich haben einen Missionar dort kennengelernt Keith ist sein Name und er hat uns erzählt von seinem Leben ich glaube er ist ungefähr so alt wie Nathanael so um die 30 oder vielleicht 29 weiß nicht junger Typ und der hat sein ganzes Leben in die Mission gegeben und zwar in die muslimische Welt zu gehen und dort zu missionieren weiß nicht in dem Alter könnte man auch andere Dinge tun im Westen es sich gut gehen lassen Familie gründen Business aufbauen und so weiter und so fort der Typ geht einfach mal in eine ganz ganz andere Kultur und möchte dass Muslime dort Jesus Christus kennenlernen und er erzählt wie Menschen dort zum Glauben kommen er sagt ihr könnt euch nicht vorstellen wie viele Muslime in diesen Ländern aktuell zum Glauben kommen ist unglaublich ganze Gemeinde nochmal unglaublich verrückt er sagt wir müssen als Missionare teilweise gar nichts machen die sehen an uns wir sind weiß wir sehen irgendwie amerikanisch aus und Muslime kommen zu uns man darf ja nicht konvertieren in diesen Ländern weil wenn du konvertierst als Muslim zum Christen du keine gute Idee musst im Untergrund unterwegs sein und die kommen zu ihm und sagen bist du Amerikaner bist du Christ ja ich bin Missionar ich darf Menschen von Jesus erzählen das ist erlaubt aber ich darf niemanden konvertieren gut dass ich dich treffe ich habe von Jesus geträumt ein Mann in einem weißen Gewand und ich habe seine Male in seinen Händen gesehen und er hat mir gesagt er ist der Weg die Wahrheit und das Leben kannst du mich taufen ständig erlebt er die Ein Geschichte noch eine Geschichte noch eine Geschichte wie Muslime zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen was kostet das für diese Menschen in diesen Ländern zu sagen Jesus Christus ist mein Retter hey dich hier in unserem Land kostet das gar nichts gar nichts und wir heulen rum wir heulen rum hier und die müssen damit rechnen wenn das rauskommt dann verlieren sie alles ihre ganze Familie und wenn es bitter kommt ihr ganzes Leben und sie tun es trotzdem weil sie das Leben gesehen haben und sagen ich will nichts anderes als diesen Jesus und wir haben ihn gefragt was machst du ich gehe jetzt in den Irak warum gehst du in den Irak was willst du dort und dann erzählt er dass ein Muslim seinen besten Freund umgebracht hat und er hat Frau und Kinder allein zurückgelassen und er geht in den Irak um das Gefängnis aufzusuchen von diesem Mörder und ihm möchte er von Jesus Christus erzählen dass es Vergebung gibt bei Jesus er möchte dem Mörder das Evangelium erzählen der seinen besten Freund niedergestreckt hat warum tut dieser Junge das warum tut dieser junge Mann das er gibt alles auf er gibt alles auf weil er weiß dass das was hier und jetzt auf ihn warten könnte an Leid an Verfolgung an Schwierigkeit überhaupt nicht im Vergleich steht zu dem wovon unser Herz erfüllt ist aber nicht nur die Ewigkeit wartet auf uns sondern wie wir es gerade gelesen haben sondern schon in diesem Leben wird den Jüngern hier versprochen dass sie Gottesherrschaft in Kraft erfahren werden und diese Kraft haben sie erfahren bei der Auferstehung von Jesus zu Pfingsten haben sie die Kraft des Reiches erfahren und wir alle meine Lieben werden es eines Tages erfahren wenn wir die Fülle des Reiches sehen wenn Jesus wiederkommt Amen